Für mich war immer naheliegend, nach dem Universitätsstudium die klinische Ausbildung in einem Klinikum zu machen, in einem Krankenhaus zu absolvieren und da war es für mich naheliegend, die Bewerbung heimatnah auszusenden. Erstens einmal würde ich sagen, weil das Haus einfach viele Fachbereiche vereint. Man kann den gesamten Turnus im Haus machen, aber trotzdem ist es einfach so, dass man ein familiäres Umfeld hat. Es herrscht eine sehr flache Hierarchie, man kann alles fragen und das ist für einen jungen Arzt einfach gut, weil man da auch viel lernt. Ich war im Praktikum schon mal da und bin da sehr gut vom Team aufgenommen worden, gleich total integriert worden in das Team. Für mich im Speziellen war der Grund, dass diese Mischung aus Arbeit mit Technik und Arbeit mit Menschen, was sehr Spezielles ist, die mich extrem angesprochen hat. Das Besondere hier ist, dass die Frauen und die Familien sehr gut aufgenommen werden im Kreißsaal. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie die Frauen gebären können. Ganz besonders ist für mich, dass in diesem Haus die Turnusärzte sehr viel in Ambulanzen mitarbeiten dürfen, selber Patienten anschauen, dadurch sehr viel lernen. Das Ginecum ist für mich innovativ, familiär und vielfältig. Holden steigenlieium! 16 20